Hallo liebe Freunde des GeflickenGamings, hier zurück auf meinem Kanal bei einer neuen Runde Starborn. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, denn ich habe jetzt erst mal, glaube ich, zwei Wochen kein Starborn mehr gespielt und ich habe gemerkt, dass ich es vermisse. No, vermisst da, doch schon, glaube ich, habe ich es schon vermisst. Okay, ich gucke mal gerade nach, was ihr noch so in unserem Inventar habt. Es hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Ich habe gerade versucht, nochmal zu starten, aber es hat zu sehr geruckelt. Deswegen starte ich jetzt die Aufgabe, die Aufgabe nehme ich natürlich dann an, aber ich starte die Aufnahme nochmal neu. Achso, deswegen haben wir hier natürlich auch noch einen Schnitzel oben in der Leiste. Das packen wir mal runter, das brauchen wir da oben nicht, das machen wir uns gleich mal irgendwo. Ja, ich wollte mit euch eine kleine Rundreise machen, mal gucken, wo wir rauskommen. Das hatte ich eben schon gesagt gehabt, denn beim letzten Mal, äh, beim letzten Mal. Ey, Alter, du bist böse? Ja, wann bist du böse? Was beschießt du mich mit? Feenstaub? Ja, Alter. Okay, ich rede gleich weiter. Moment. Ich muss weg. Na. Na. Na, komm schon. Ich würde mit euch gerne ins Gericht ziehen. Zack, beide auf einmal. Das habt ihr jetzt davon. Ha, 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 ha. Ähm, so. Kurz heilen, Moment. Ähm, wo war ich dran? Ja, genau. Ich wollte nämlich sagen, ich habe eine kleine Rundreise in meiner, ähm, normalen Spielwelt gemacht. Und da habe ich ganz toll, oder schöne Sachen entdeckt. Das habt ihr auch schon mal gesehen hier, ähm, mit dem, ähm, unserer neuen kleinen Behausung. Die haben wir ja gefunden, mehr oder weniger. Die haben wir ja nie selbst gemacht. Deswegen, wir gehen ein bisschen weiter und gucken, dass wir auch mal, ähm, ein bisschen Korn finden, was wir uns anbauen können. Mann, sind denn alle heute gegen mich hier? Was ist das denn? Na, komm. Nein. Na. Ihr habt doch gesehen, dass ich die, ähm, diesen Speer weggetan hatte. Mit dem kam ich nicht parat, weil ich habe diesen, diesen, diesen Radius, diesen Schlagradius, der fehlte mir so ein bisschen. Damit konnte ich, oder kam ich gar nicht parat. Deswegen habe ich das Schwert wieder. So. Nur zur kleinen Info. Nee, ich wollte mit euch immer eine kleine Rundreise machen, weil, wie gesagt, ich hatte viele schöne Dinge entdeckt. Und das wollte ich halt auch hier entdecken, Alter. Lass mich doch in Ruhe mal erzählen hier, ey. Ich glaub's das, ey. Glaub's das. Na, komm. Jetzt mach ich auch noch fertig. Danke. Juhu. Pixel. 25 Pixel. Alter Schwede. Das ist schon gar nicht wenig. Ähm, ihr seid aber friedlich, oder? Ihr seid friedlich, oder? Ihr pupst nur. Oh nein, ihr seid das. Ah. Moment. Ich bin gleich wieder soweit. Feenstaub, Feenstaub. Huhu. Aber ich glaub, dieser Feenstaub, der macht mir nix. Das ist einfach nur, damit ich wegfliege. Na, komm. Alter. Mach mich nicht schwach hier. Oh. Was ist das denn? Ja. Mann. Ey, das ist gar nicht so easy damit. Muss ich wieder kurz heilen. Ne, ich möchte auch gerne was anpflanzen, wie Weizen und so weiter und so fort. Das haben wir ja noch gar nicht entdeckt hier. Das haben wir noch gar nicht gefunden, und deswegen konnten wir es noch gar nicht anbauen. Wir haben zwar eine Gerotte gefunden, die ich natürlich auch schon angepflanzt habe. Da gucke ich jetzt mal, ob die mittlerweile gewachsen ist. Aber sonst, ähm... Ja, da... Na? Nochmal, dann hab ich dich mal schön am Arsch, Mann, Freund. So. Alle davon. Was soll ich denn machen? Ihr habt doch angegriffen. Aber ihr seid friedlich, glaub ich, ne? Jawohl. Also, das ist ganz komisch. Die Kreaturen sind nicht alle bösartig. Das... Das meint man nur. Ne? Also... Nicht alle direkt angreifen. Außer ihr habt natürlich Bock drauf. Aber, ähm... Ihr braucht das eigentlich gar nicht. So. Achso, genau. Wollte mal gerade gucken. Da ist die Hoh drin, die Gute. Genau. Und hier oben hab ich Karotten angepflanzt. Und ihr müssten eigentlich auch schon... Jawohl! Schaut euch das an. Ich hab doch hier die Bäume gepflanzt. Was ändert ihr euch? Ach. Sind schon groß geworden. Gefällt mir. Und hab natürlich vergessen, wie... Wie ich das immer machig bin. Ein wenig verwirrt heute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Die Stopp-Uhr mitlaufen zu lassen. Wie viel lehme ich denn jetzt schon auf? Ach ja. So. Sorry für den kleinen Schnitt. Mir ist gerade irgendwie das Spiel abgekackt. Bin aber wieder da. Und es scheint wieder jetzt stabil zu laufen. Ähm... Ja. Nichtsdestotrotz, wir gehen mal weiter. Und gucken, was uns hier erwartet. Ne? Wie gesagt, wir wollen... Das, glaub ich, hat das eben nicht ganz ausgeführt. Wir wollen ein bisschen Korn sammeln. Vielleicht auch ein paar Bäumchen umklöppeln, die uns hier so blöd im Wege rumstehen. Das darf ja auch sein. So. Blub, 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 blub. Nehmen wir das alles hier alles mit. Das, was wir gebrauchen können. Was uns in unserer Tasche passt. Oder das nehmen wir mit. Oder nicht, der schießt. Alter. Habe ich dir gesagt, der schießt. Tada. Entschuldigung, da ist ja mal ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin da schon ein bisschen angespannt, was das angeht. Und, ähm, ja. Da muss ich mich auch mal ein bisschen konzentrieren. Ups. Ach komm. Ne, komm. Wir nehmen nicht hier den Baum mit. Mal gucken. Wenn uns einer gefällt, dann nehmen wir den mit. Ansonsten eben nicht. Moment. Moment, wir haben gerade das Mikro ein bisschen hoch. Ich glaube, das ist okay so von der Tonstärke. Tonstärke. Lautstärke. Meine Fresse. Was ist denn los heute? Ist irgendwie eine komische Aufnahme. Ich weiß auch nicht, was heute ist. Eigentlich ist es ein schöner Tag. Ich habe auch kein Alkohol getrunken. Obwohl Karneval ist momentan. Aber. Alter, nein. Nicht zwei. Zack. Den haben wir aus der Luft gekillt. Sehr schön. Naja. Muss man auch mal sagen. Oh, jetzt muss ich nochmal. Nochmal was starten. Das ist mir momentan ein bisschen viel. Es war doch nicht was los. Es ist Mensch. So. Es kann weitergehen. Es darf weitergehen. Ja, ich hoffe natürlich dann, wenn es dunkel ist, dass wir dann nicht auf allzu schwierige Monster treffen und dass ich nicht unbedingt sterbe. Das ist natürlich, äh, wäre nicht so prickelnd. Aber das Einzige, was halt passiert, man findet ein paar Pixel, ist jetzt nicht ganz so dramatisch, finde ich. Oh. Oh, 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 oh. Komm, da kann man auch nicht, unbedingt nicht nein sagen, also, wo wir gerade hier stehen. Und ich habe auch herausgefunden, wie wir unser Raumschiff, ähm, ja, wie unser Raumschiff wieder voll Benzin machen können. Es ist nicht so, wie ich erwartet hatte, ähm, dass man sich irgendwie eine Pipeline rauslicken, äh, nein, ich bin doch gar nicht unterhalten, eine Pipeline legen muss, sondern, ähm, es geht ganz einfach mit Kohle. naja, wir sind hier, wir sind hier, weiß ich, in der, wo, ups, fortschritt, fortschritt, schritt, technologie. Also, gibt es alles, was es nicht gibt, mit Beamen und so weiter, aber unser Schiff wird letztendlich mit, ähm, Kohle betrieben. Naja, was soll's. Gut. Aber, naja, deswegen nehmen wir ruhig alle Kohle mit, die wir finden können, um dann weiter auf einen anderen Planeten zu kommen. Denn ich möchte mit euch natürlich auch viel andere, oder viel mehr andere Planeten entdecken. Äh, es gibt noch richtig schöne, die haben wir noch gar nicht gesehen. Und, äh, ja, es gibt so viele Planeten, das werdet ihr momentan noch nicht glauben, aber, glaubt's mir einfach, ähm, es gibt massliche und die können wir alle erkunden, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Natürlich, wenn wir einen schönen finden, bleiben wir natürlich da, aber dafür müssen wir erstmal Kohle sammeln und auch etwas Nahrung. Und, wenn ich das richtig sehe, ist das ein unterirdische, oder ein Labor. Ich hoffe, da kommt mir keiner entgegen. Ich mach hier mal die Tür zu. Und, Pixel! Yeah! Das ist schön. Wie viel Pixel? 78 Euro hab ich eigentlich mehr erwartet, aber, wir gehen uns auch damit zufrieden, ne? So, zack, Big Alarm. Können wir brauchen, wenn irgendwie bei uns mal Einbrecher kommen sollten. so. Äh, da geht's nicht weiter. Moment, da muss ich mich irgendwie hochgraben. Hm, tut tut tut. Nein. Moment. So. Okay, es darf weitergehen. Uch, ich springe das hier so. Also, ich springe hier unheimlich hoch. Bei anderen Spielern war ich nicht so, das war nix. War ich nicht so hoch am Springen. Am Springen sein tun. Entschuldigung für mein Deutsch heute. Also, es passt zur Aufnahme, auch mein Deutsch ist heute irgendwie katastrophal. Jetzt werden die eine oder andere natürlich denken, ne, ich will keinen Unterschied zu sonst. Schnauze. Nein. Recht freie Meinungsäußerung muss gewährt werden. Auch wenn ich dich danach hier verprügeln werde auf dem Schulhof. So. Hier geht's schön hoch hinaus. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht um zu tiefer. Alter. Wap. Bock auf dich. Äh. So. Oh, oh, Kohle. Das haben wir gelernt. Ist wichtig. Müssen wir mitnehmen. Tut mir leid. Da führt kein Weg. Dann vorbei. Da weist die Maus keinen Faden ab. Kann sie eh nicht, weil sie hat keine Zähne. Gott, wenn das schlecht, ey. Tut mir leid. So. Die Kohle nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. Wir werden noch eine Rohstofftour machen demnächst. Ähm. Ja. Auch da führt kein Weg dran vorbei. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und ich. Es gibt so viele geile, unterirdische Sachen. Aber wir sind ja jetzt momentan natürlich erstmal oben an der Oberfläche. Logischerweise. Sonst hieß es ja auch Unterfläche. Und so unten wäre. Naja. Ey. Tut mir leid. Weil ich bin heute etwas katastrophal eingestellt. Ich weiß auch nicht. Die Feinjustierung, ihr versteht, die ist nicht ganz so gelungen heute. So. Einmal hier durch. So. Oh. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Ist das Platin oder Silber? Müssen wir mal gucken. Okay. Erstmal Silber. Die sind die Guten. Die wollen wir nicht angreifen. Ich hoffe, die greifen mich auch nicht an. Also wenn es dunkel wird, würde ich wahrscheinlich mal aufs Schiff gehen. Weil das werden wir sowohl nicht überleben. Vor allem ohne Rüstung ist das eigentlich Selbstmord, wenn wir losziehen. Aber wir gucken mal, wer weiter kommen. Was ist das denn hier? Äh. Nix. Scheiße. Das war nur eine Pflanze. Mist. Das wäre so eine schöne, essbare, sinnvolle, nutzbare Pflanze. Aber nein. Och lan, ey. Wo bist du? Wo bist du? Oh. Jetzt könntest du das nicht sehen. Moment mal, lass mal mir auch. Zack, boom, bang. Oh. Ich nehme auch überhaupt keinen Sturzschaden. Das ist total krass. Also, normalerweise hätte ich mir schon längst die Beine gebrochen. Moment. Moment, da muss ich mal rein. Schnell bevor der... Ah. Lass mich. Okay. Nein, nicht du. So. Gehen wir mal aus der Schusslinie. So. Oh. Ein Stück Fleisch, das nehmen wir uns natürlich mit. Auch wenn wir uns ein bisschen vegetarischer ernähren wollen. Da ist Krohle. Den nehmen wir mit. Hoffentlich bauen wir uns jetzt nicht unseren eigenen Tod hier. Nein, nein. Noch geht's. Nichts zu viel, weil es ist Asche und Asche lässt sich unheimlich schnell abbauen, wie ihr seht. Und ich habe ein bisschen Bammel, dass ich mir jetzt mich an die Lava stürze. Aber nein, es ging auch gut. Sehr gut. Erstmal ein bisschen heilen. Mal was nachgucken. So. Wo kommen wir hier hin? Oh. Das sind Riesensprünge. Oder ist wieder Kohle? Äh, doch. Sollte funktionieren. Okay, die nehmen wir mit. Wenn wir am Raumschiff sind, befüllen wir mal unseren Tank mit Kohle. Mal gucken, wie viel wir schon haben. Und ob das reicht. Was dauert das hier so lange? Hallo? Hey, da sitzt im Obsidian-Fest. Alter, das dauert immer so ewig lange. Geht ja doch schneller als ich dachte. Geht überhaupt nicht schneller als ich dachte. Ich hasse das. Ich hasse alles. Also, Obsidian ist genau wie Minecraft-Katastrophe mit abbauen. Katastrophe. Schnarch. Komm, wenn wir das jetzt haben, dann geht es aber ratzifatzi weiter. Versprochen. Komm schon. So. Okay, schnell weiter. Ich hätte jetzt eh abgebrochen. Weil, gleich wird es dunkel und dann... Oh, was ist das denn für ein Baum? Uh. Die nehmen wir mit. Ich dachte, Bäume, die schön aussehen, die nehmen wir mit. So. Der sieht geil aus. Und wir haben einen Setzling. Das heißt, wir können den uns auch mal anpflanzen. Da kommen wieder Fögel. Ich muss schnell weg hier. So viel brauchen wir davon auch nicht. Und den Bäumen. Hauptsache, wir haben den Setzling. Da können wir uns da was... eine richtig schöne Allee züchten, wenn wir wollen. Äh. Oh, Alter, was ist das? Was ist das? Nein. Geh doch weg. Geh weg. Wollte noch kein einziges Mal getroffen. Alter. Endbossfight. Nein. Doch, getroffen. Ja. Gleich haben wir ihn. Drückt mir die Daumen. Hui. Zack. Noch einmal. Ja. Wow. Wir haben ihn platt gemacht. Alter Schwede. Wie geil. Puh. Da kriegt man es ein bisschen, ähm, ja, mit ein bisschen Muffen, wenn man so großes Viech auf sich zukommen sieht. Auch hier am Spiel ist das wirklich so. Ne, ob sich die anders ist. Das brauche ich nicht. Aber dort können andere machen. Andere Bewohner hier. Da bin ich mir auch ein bisschen fein für. Ein bisschen zu fein. Aber das haben wir gut gelöst. Respekt. Respekt. Ich merke dann immer, wie ich so ein bisschen verkrampfe und dann irgendwie so, puh, Achtung, Achtung. Schon krass. Auch wenn es nur virtuelles Tier ist, aber, äh, Monster ist, aber das ist schon nicht ohne. Oh. Wer grunzt hier? Ach so, das sind wieder zwei. Ja, komm ran hier. Du willst doch gerne einen aufs Maul, wa? So. Oh. Einfach noch ein bisschen ran. Zack. 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 Mist. Komm, wir haben doch so viele. Kann man uns einmal kurz heilen. Äh, bist du friedlich? Nein. Ich glaube, du bist nicht friedlich. Egal. Wir überspringen das Ganze mit dir. Oh, Alter, 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 Alter. Alter. Das ist aber brenzlig hier. Wer hat denn hier sowas gebaut? Moment. So, ich glaube, da gleich reinstürzen. ein wenig Vorsicht walten lassen, das muss auch mal sein. So, ihr seid gut, ne? Ihr seid gut, ihr seid gut, ja, ja, ihr seid echt gut. So, oh, eine Truhe. Uh, wir haben eine Truhe entdeckt. Ja, guck mal, was da drin sein wird. Achtung. Und, wir haben eine Bombe, Pixel, ein Steinhoe und ein Throwing Digger. Na gut, Throwing Digger, nein. Also, ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde, aber gut, wir haben sie jetzt, die Truhe nehmen wir da selbstverständlich mit. Und, jetzt geht es weiter. Also, so kann man auch ein paar Sachen entdecken, die, ähm, man so nicht sehen würde, wenn man sich in seiner Region befindet, aber, ja, es gibt noch Besseres, was wir entdecken können. Jetzt nicht nur hier, ähm, nein, das war das falsche Werkzeug, das war euch. Nicht nur die Rohstoffe, sondern halt auch irgendwie, ich will da nichts verraten, ich hab ein paar Sachen entdeckt, die fand ich selber, äh, ein bisschen merkwürdig, aber das, das beschreibt eigentlich das Spiel ganz gut, weil, es ist so, so vielseitig, und, ich glaub, so langsam können wir uns auch mal ein besseres, besseres, besseres Werkzeug machen, äh, äh, besseres Werkzeug machen, denn mit diesem, ja, was haben wir immer noch, Steine, Steine Spitzhacke, werden wir, wenn wir nur mal in die, ähm, in die Höhlung, im Untergrund gehen, nicht viel Freude haben, das haben wir ja gemerkt, dass die jetzt nicht so doll sind. Na? Oh. Alter. Na, komm schon. Komm schon. Hast du, der hat gepupst. Der hat echt gepupst. Die Sau. Und das in unserem Let's Play. Würde ich mir niemals trauen. Hau ab. Ich hab jetzt keinen Bock auf dich. Da ist nochmal cool. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt echt zusammen haben. Also, ich glaub, Ende der Folge, ich glaub, es wird auch jetzt grad dunkel. Gehen wir mal zurück und hauen das mal ins Raumschiff rein. Nee, der kommt nicht ins Objekt. Alter. Wuhu. Die sind echt kritisch. Kann es sein, dass die irgendwie ein paar Monster, Sachen dazu gepatcht haben? Also, das Monster kann ich noch nicht. Ich meine, ich hab noch nicht so viel gespielt, dass ich alle kenne, aber, oh ja, es wird, es wird dunkel. Und wenn es dunkel wird, kommen, Monster, mit denen ich mich noch nicht ohne Rüstung messen lassen, also messen möchte. Wie ich eben meinte, ich bin auch ein bisschen hungry. Oh, es wird arsch dunkel, ey. Nee, wir nehmen den Clouds noch mit. Ich hör schon was auf uns zukommen hier. So, okay. Ich guck mal grad, mit Alt konnte man die Hungertaste einblenden lassen. Hat mich irgendwie gelernt. Alles klar. Gut, ich guck mal grad, was passiert, wenn wir hier weitergehen. Aber wir bleiben erst mal an der Oberfläche. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen dunkel. Ich will auch nur die nächsten zwei, drei Schritte machen. Leuchten wir mal ein bisschen aus, oder? Drei, vier Schritte. Boah, ist das geil mit dem Hintergrund. Nein, ich hab nicht angeleuchtet. Alter. Oh, nee. Sorry, das meine ich, also das ist echt Selbstmord, wenn wir da ohne Rüstung entlang gehen, dann sind wir sowas von schnell gegrillt. Ich hab's einmal getestet, wie gesagt, in meiner Parallel, Parallelwelt. Ähm, nee, das muss nicht sein. So, pass auf, wir gucken grad mal, wie viel, ähm, wie viel wir jetzt an Ruchstoffen haben. Also an Kohle. So, äh, Moment. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Fuel. Das ist doch hier, wo man dann langfliegen können. Ähm, das ist ja viel zu früh, wie soll man langfliegen, ohne hier 0 von 1000. Okay, wie viel Kohle haben wir? Das ist Silver Ohre. 102. Die hauen wir jetzt mal gepflegt da rein. Zack. Und wir haben 204 Fuel. Also aus einer Kohle machen wir zwei Einheiten Sprit. Und, ja, super. Und, ich würd sagen, damit lässt sich auffahren. Also wir wissen jetzt, wie wir auf andere Planeten kommen. Also bspw. wie wir Sprit bekommen, dass wir auf andere Planeten kommen. Und darauf lässt sich auffahren. Und das machen wir gepflegt in der nächsten Folge. Alles klar. Bis dann. Und vielen Dank für's Zusehen. Ciao. Hey Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte noch bewerten. Dicken Daumen hoch für mich, ist ja klar. Hier rechts findet ihr noch einen Weg, wie ihr zu meinem Kanal kommt. Und darunter ist ein Link, wie ihr mich hier direkt abonnieren könnt. Ich würd mich freuen. Außerdem seht ihr unten noch Wege, wie ihr in Kontakt treten könnt. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Bis demnächst. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017